Heute spiele ich Minecraft, aber es gibt nur einen Chunk. So, wir sind in der Welt angekommen. Mein Skinpas zu diesem Textureback ziemlich gut. Aber als erstes brauche ich erstmal Holz. So, jetzt habe ich glaube ich erstmal genug Stein. Und jetzt habe ich auch meine ganzen Standard-Tools. Mein einziges Ziel wird es sein, einen Diamanten zu finden. Und ich glaube, dafür sollte ich weiter nach unten. Okay, hier ist noch eine Höhle. Ah, da ist Eisen. So, das muss ich jetzt noch irgendwie braten. Drei Stück habe ich. Weiter nach unten. Ich glaube, ich mache mal einen Block-Klatsch. Nicht so geil. Ich dachte, ich könnte einen Block-Klatsch machen, aber ich habe ja komplett reingeschissen. Ja, okay, lass den Like und ein Abo da.